Ja, Hallöchen! Mut zum Aufbruch! Was ist denn das für eine geile Ansage? Das habe ich sofort angesprochen. Ich fand das so cool, weil genau um das geht es. Wenn wir mutig sind und endlich unser Leben leben, haben wir ein erfülltes, glückliches Leben. Da gibt es kein Neid, da gibt es kein Hass, da gibt es keine Missgurms. Und ich kann dir sehr, sehr, sehr ans Herz legen, melde dich an zu diesem wundervollen Kongress. Mut zum Aufbruch, es ist allerhöchste Zeit, aufzubrechen. Auch für dich ist es allerhöchste Zeit. Grübel nicht, suche nicht, komm raus aus dem Negativismus. Und auch von wegen, ja, die Zeit ist nicht gut, wir leben in einer Krise. Schau nach vorne, Krise als mega, mega, mega Chance. Und dieser Kongress ist der absolute Hammer. Vielen herzlichen Dank auch an Asta, dass sie so einen geilen Kongress auf die Beine gestellt hat. Vielen, vielen Dank auch an dich, liebe Selma, für das coole Interview. Und jetzt nicht zuschauen hier und sagen, ja, könnt ihr auch mal machen. Sofort anmelden und hol dir das Kongress-Paket, weil permanente Wiederholung schafft Wirklichkeit. Ich zähle auf dich und wir sehen uns im Kongress. Alles Liebe, ciao, bye, bye, dein Ernst. Ich zähle auf dich.